Warum machen wir jetzt hier mal auch die Falle? Getreide haben wir schon, ok. Holz brauche ich hier noch. Schlösser haben wir auch noch. Fortschritt hat noch lang nicht gereicht. Ist klar, wir haben ja eben erst angefangen, aber es dauert eine ganze Weite. Ich wollte hier eigentlich in der Mine noch ein bisschen weiter arbeiten, aber auf der Seite muss ich auch irgendwie versuchen, diesen Tech-Baum nach vorne zu bringen und die nächste Zombie-Welle vorzubereiten. Das Problem ist, es gibt hier wirklich nichts, womit man sich verteidigen kann. Auch keine neuen Waffen, gar nichts. Und hier gibt es eine neue Rüstung. Aber keine Waffen. Und hier gibt es wieder neue... Ah, hier gibt es Stahlwaffen, aber das dauert noch eine ganze Weile. Das ist wirklich eine ganze Weile. Also so schnell kommen wir da nicht ran. So, der Tag hat ja frisch angefangen. Setzen wir mal hier ein Portal hin und sagen Angeln. Dann lassen wir mal die Fische reinholen. Aufgabe erfüllt. Sehr schön. Es gab einen neuen Holzbogen, aber da habe ich ja einen Keulen, mit denen können wir eigentlich nichts anfangen. Neuer Fisch spawnen da drin gleich, auch nicht schlecht. Aufgabe erfüllt. Nehmen wir das Schaf noch mit und dieses Schaf. Der Traubbronn trinkt mehr Wolle. Das Hühnchen hier und dieses Hühnchen. Dangeln wie ein Weltmeister. Das Portal geht gleich wieder zu. Dann müssen wir noch mal Neues machen bzw. verlängern. Das geht auch. Kommen wir die neue Aufgabe an. Finde Edelmetalle. Zur Herstellung von Schmuck und modernen Waffen brauchst du seltener Edelmetalle. Silber, Gold und Mithril. Grabe tiefer, um sie zu finden. Neue Technologie, fortgeschrittene Beleuchtung. Du musst Gegenstände fertigen, um die Forschung dieser Technologie zu beenden. Fangen wir mal den ganzen Tümpel hier leer. Oh, er ist tatsächlich leer. So, das Portal steht noch eine Weile. Nehmen wir mal die Bäume hier mit und den Fisch. Fisch kann man immer gebrauchen. Und ein Buch. Buch des Müllers. Erhöht die Geschwindigkeit, die in der Korn zum Mehl gemeint wird. Ja, nochmal das Portal verlängern. Die kommen alle da nicht hoch, ey. Die wollen mich doch verarschen. Was ist mit euch? Mach ich so. Das Schindeldach. Guck mal da mal rein. Ich brauche also Ton. Ja, Ton ist hier. Erde und Wasser. Wasser haben wir ja vorhin geholt. Erde findet sich relativ schnell. Ähm, nochmal mehr. So. Ganz was er aufgebraucht. So. Noch mal hier kurz reingucken. Äh, die Gerüste. Fallen haben wir ja schon hergestellt, glaube ich. Ich brauche mal kurz die Gerüste. Die sind auch nicht schlecht. Die kann man instant hinsetzen und die Zwerge benutzen. Man kann sie auch instant selber wieder abbauen. Das ist halt recht praktisch, wenn du jetzt in der Mine irgendwie an eine bestimmte Stelle schnell dran kommen willst. Und da ist es ziemlich vorteilhaft. Statt Leitern zu bauen und... Ah, jetzt brauche ich da auch Wasser für. Es ist halt vorteilhafter als Leitern zu nehmen. Weil die halt instant da sind und die Leitern müssen sie halt erst holen und... Das würde zu viel Zeit kosten. So. Dann wäre das hier auch abgeschlossen. Den Baum könnte er mal fällen. Warum wächst da nichts mehr? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So. Habe ich da irgendwo Gold gehabt? Hier war Gold. Da kommen wir so runter. So. Nehmen wir mal das eine Gold hier. In der Hoffnung. Die Mission ist dann abgeschlossen dadurch. Ach, jetzt haben sie keinen Weg mehr. Nein. Ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Ja. Schauen wir uns in der Locke. jetzt noch hier außen rum. Ja. Müssen wir jetzt runterklettern? Ist das schon eine Runde? Nö. Warum geht da keine Runde? Gibt es da keine Verbindung? So. Ich werde angegriffen. So. Ich werde angegriffen. Pfeilen oder so hergestellt vorhin. Ja. Genau. Legen wir da mal ein paar Pfeilen jetzt aus. Aufgabe erfüllt. Einen noch hier. So. Einen noch hier. Der stellt immer noch Pfeile her. Habe ich so viele Pfeile gemacht? Ne, eigentlich nicht. Warum geht der nicht hier rüber? Warum geht der nicht hier rüber? So müsste es auf jeden Fall funktionieren. Komm so runter. Ah, das sieht gut aus. Das Eisen hier auch noch gleich mitnehmen. Aufgabe erfüllt. Jetzt kann ich doch nicht sehen, was da drin war. Neue Rüstung nehme ich doch gern. Da könnte ich eigentlich direkt das Gold hier mit abbauen. Na komm auch mal mit Portal. Müssen wir eigentlich viel öfter benutzen. Hier ist auch noch eine Menge Eisen. Aufgabe erfüllt. Aufgabe erfüllt. Das läuft doch. Wie die hier rummuseln. Und schon wieder kein Holz. Und schon wieder kein Holz. Das ist ein Holz. Das ist ein Holz. Das ist ein Holz. Da kommst du nicht rein. Da kommst du nicht rein. Dann komm mal bald wieder Level ab. Neues Buch des Kletterers So, das nehmen wir auch gleich hier mit Nunu, was ist das?